Bei einem Großbrand an einer Gasleitung in der Nähe eines Wärmekraftwerks sind vor den Toren Moskaus ein Mensch ums Leben gekommen und mindestens 13 verletzt worden. Auf Bildern in russischen Medien war zu sehen, wie die Flammen bis zu 50 Meter hoch züngelten. Die Ursache des Feuers in der Stadt Mityschi war zunächst unklar.